Die Tage werden stündlich länger. Die Vögellein zwitschern und die ersten Blüten sprießen und man spürt sehr genau, der Frühling kommt. Somit der ideale Zeitpunkt, dein Expert-Branding, deine Expertenmarke auf Hochglanz zu polieren und damit die Anziehungskraft für ideale Kunden massiv zu steigern. Und genau darüber sprechen wir jetzt in der Episode 269 von Status ausgebucht. Bist du bereit für deinen Sprung in die Expertenliga? Bereit, dich neu zu erfinden und zum begehrten Experten zu werden? Dann bist du hier richtig. Hier startet deine Reise zum Status ausgebucht und ich, Martina Fuchs, versorge dich jetzt mit meinen besten Strategien und Tipps aus 25 Jahren Marketing und Medien für dein hoch profitables Experten-Business. Also, let's go! Frühlingszeit ist Detoxzeit und der ideale Zeitpunkt für einen ordentlichen Frühjahrsputz. Allerdings nicht nur für Körper, Geist und Seele oder für deine eigenen Verwände, sondern auch für das eigene Experten-Business und natürlich für dein Expert-Branding. Denn deine Expertenmarke, deine Expert-Brand, sie ist der Anziehungsfaktor für deine Wunschkunden. Je heller also deine Marke strahlt, umso stärker bist du auch als Kundenmagnet. Deswegen habe ich heute für dich eine Checkliste mit dabei, die deinen Expert-Branding Frühjahrsputz auf sechs wesentliche Punkte umfasst oder reduziert. Beginnen wir mal mit Punkt Nummer eins, das ist dein Positionierungscheck. Bist du noch richtig aufgestellt oder ist es an der Zeit, deine Positionierung wieder zu schärfen, weil du zum Beispiel vielleicht in den letzten Monaten oder im Jahr ein Plateau erreicht hast, dein Markt sich verändert hat, deine Kunden andere Wünsche, Bedürfnisse haben oder du generell die falschen Kunden mittlerweile erreichst oder weil ganz einfach du dich selbst und deine Expertise sich weiterentwickelt haben und deine Positionierung, so wie sie jetzt ist, nicht mehr stimmig sind. Dazu gehört übrigens auch dein Positionierungsstatement. Hast du überhaupt ein solches? Wenn man auf deine Webseite kommt, hast du eine klare Aussage, was du für wen tust, was man hier bekommt und wofür du stehst? Und ist dein Positionierungsstatement, wenn du eines hast, wirklich verständlich oder bräuchte es hier entweder überhaupt mal ein Positionierungsstatement von dir und wenn dein aktuelles da ist, vielleicht wäre es an der Zeit, es mal zu überarbeiten. Wenn du bei deinem Expert-Branding Frühjahrsputz professionelle Detox- und Putzhilfe benötigst, um zum Beispiel deine Expertenpositionierung oder deine Webseite für einen Relaunch neu zu konzipieren, ja dann hol dir doch ganz einfach mal einen Expert-Branding-Marketing-Check-up. Hier nehmen wir nicht nur die sechs kritischen Punkte unter die Lupe, die ich dir heute vorstelle, sondern auch wesentlich weitere Elemente, die für deine Kundengewinnung wichtig sind. Wenn du dir mehr Wunschkunden wünschst, ja dann buche jetzt ganz einfach deinen 20-minütigen Strategie-Call mit mir, indem wir über deine aktuellen Marken-Problemzonen sprechen, ja und wie du diese ganz einfach mit meiner Hilfe lösen kannst. Gehe dazu einfach auf martina-fuchs.com slash Termin, martina-fuchs.com slash Termin und buche dir da einen Gesprächstermin mit mir. Ich freue mich auf dich, ja und jetzt zurück zur Show. Punkt Nummer 3. Dein Angebotsportfolio. Hat sich hier in der letzten Zeit mehr und mehr ein Bauchlorden angesammelt? Wenn ja, was kann weg? Welche Angebote sind überflüssig? Weil sie sowieso keinen Umsatz oder vielleicht zu wenig bringen. Du weißt ja, je mehr Angebote, umso schneller kann ein Kunde verwirrt sein. Und wer seine potenziellen Kunden verwirrt, der verliert sie, statt sie zu gewinnen. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann ab zur Foxcast Episode Nummer 265. Da habe ich genau darüber gesprochen, wer verwirrt, verliert. Und das ist die Episode martina-fuchs.com slash 265. Und Punkt Nummer 4. Hier kommen wir zu deiner Hauptbühne im Marketing. Deine Experten-Webseite. Als Experten brauchen wir eine spezielle Konzeption, einen speziellen Aufbau bei der Webseite, der dich als Experte entsprechend natürlich präsentiert, dein Know-how, deine Expertise in den Vordergrund stellt und natürlich auch klar erläutert, was dich von deinen Kollegen unterscheidet. Und hier ist es natürlich sehr wichtig, dass deine Hauptbühne up-to-date ist. Ein klares Positionierungsstatement. Aktuelle Bilder von dir und nicht welche von vor zehn Jahren zum Beispiel. Sind alle deine Infos, vor allen Dingen auch deine Kontaktdaten up-to-date? Kann man dich sozusagen leicht und einfach kontaktieren, wenn man an dir und deinen Angeboten interessiert ist? Sind alle Angebote jetzt in der Jetzt-Zeit angelandet? Hast du hier aktuelles draufstehen? Wie schaut es um deinen Blog oder um deinen Content aus? Ist hier auch alles up-to-date oder hast du hier einige Content-Leichen rumliegen? Und wie schaut es aus? Hast du Lead-Magneten, also deine 0-Euro-Angebote auf deiner Webseite? Kann man die leicht downloaden? Sind die auch jetzt aktuell oder vielleicht schon veraltet? Also wirf mal einen sehr, sehr kritischen Blick auf deine Experten-Webseite. Übrigens auch, was das Design, die Gestaltung betrifft, denn auch hier kann man sagen, eigentlich ist eine Webseite eine Dauerbaustelle. Seien wir mal ganz ehrlich, hier gibt es immer was zu tun. Und ja, auch gerade das Design. Da geben sich ja auch immer wieder mal neue Trends die Hand. Und klar, du musst nicht auf jeden Trend aufspringen, um Himmels Willen. Aber deine Webseite, deine Experten-Webseite sollte schon modern und zeitgemäß ausschauen. Denn sonst könnte der Eindruck entstehen, dass deine Expertise so veraltet ist wie deine Webseite. Weil manchmal kommen ja auf Webseiten, die sind das letzte Mal irgendwie 1985 bearbeitet worden, wo du denkst, um Himmels Willen. Wenn das der Wissensstand des Experten ist, dann ziehe ich dann doch lieber wieder weiter. Also hier Augen auf und prüfen. Und natürlich der nächste wichtige Punkt ist das Thema Lead-Magneten. Das sind ja deine 0-Euro-Angebote für deine Lead-Gewinnung. Und auch hier gilt natürlich, die sollten fresh sein. Also die sollten up-to-date sein. Das gilt natürlich dann auch für die E-Mail-Serie, die du mit dem Lead-Magneten ausspielst. Hier hatte ich nämlich kürzlich ein solches Erlebnis von einem wirklich bekannten Experten, wo ich auch weiß, dass er ein ziemlich großes Team hat, das auch darauf eigentlich achten sollte, dass die Infos in seinem Lead-Funnel, also zum Beispiel, er hatte einen Punkt, der hieß, bitte füll diese kleine Umfrage aus. Und wenn du das machst, dann bekommst du von mir nochmal ein Bonus-Bundle mit ganz tollen Infos, dass du eben hier mitgemacht hast. Das ist Dankeschön. So, ich habe das dann mal gemacht, weil ich einfach sehen wollte, was macht er da und wie ist das aufgebaut. Ich schaue mir sowas immer gern an, wie Funnel funktionieren. Und dann kam als Dankeschön eben dieses Bonus-Bundle und das waren Infos zum Teil von 2021 oder Zahlen, weil er hat sich da auch auf Zahlen bezeichnet, bezogen und die waren von 2022. 2022 und jetzt haben wir aber 2024 und das hinterlässt dann halt einfach keinen guten Beigeschmack, denn ja, das wirkt unprofessionell und denkt man, okay, der wollte jetzt einfach nur die E-Mail-Adresse vielleicht abgreifen und macht sich nicht mal die Mühe, seine eigenen Funnels up-to-date zu halten. Was wiederum auch ein wichtiger Hinweis ist, dass wenn du selber Funnels aufbaust oder Lead-Magneten oder E-Mail-Serien, dann überleg dir sehr genau, habe ich die Kapazität, habe ich das Team, dass ich da jedes Jahr drüber gucke, wenn du so jahresbezogene Zahlen vielleicht zum Beispiel nimmst, damit wir das up-to-date halten oder wo muss ich mir ein vermerkt machen, ein Knoten ins Taschentuch, damit ich dran denke, wenn der Jahreswechsel kommt, dass ich eben diese E-Mail-Serie oder diesen Lead-Magneten dann entsprechend update. Ja und kritischer Punkt Nummer 6, natürlich genauso wichtig, deine Social-Media-Kanäle. Auch hier gilt, wie für deine Experten-Webseite ist hier alles up-to-date. Mit deinen aktuellen Informationen, Angeboten, Kontaktdaten, mit Bildern. Nutzt du von dir aktuelle Bilder oder dürfte es jetzt mal wieder ein neues Fotoshooting sein? Sind die Grafiken up-to-date? Eben wenn du mit Zahlen, Daten, Fakten arbeitest, ist es etwas, wo du sagst, da habe ich ja noch Zahlen von 2021, das muss raus. Wie schaut es mit den Grafiken, mit den Header-Bildern an? Also sind die Kanäle einfach frisch und aktuell und auch mit aktuellem Content, mit guten Beiträgen gepflegt oder gleichen deine Social-Media-Kanäle eher einer Wüstenlandschaft, vernachlässigt, nicht gut gepflegt, gehegt, sondern eher ausgedörrt? Ja, dann stellt sich zum Beispiel auch gleich wieder mal die Frage, ob du vielleicht versuchst, gerade zu viele Kanäle gleichzeitig zu bestiblen und dass dir dadurch die Power ein bisschen ausgeht, sie alle gut in Schuss zu halten und es vielleicht sogar besser wäre, dich auf ein, zwei Kanäle zu fokussieren oder ob dir zum Beispiel auch die richtige Strategie für dein Content-Marketing fehlt. Dies nur als zwei Impulse an dieser Stelle. Also auch hier, Achtung, Achtung, wenn du diese sechs kritischen Punkte bei deinem Experten-Marken-Frühersputz durchgehst, also deine Positionierung, dein Positionierungsstatement, dein Angebotsportfolio bei Bauchladen, sage ich da nur, deine Experten-Webseite, deinen Lead-Magneten und deine Social-Media-Kanäle, wenn du das alles im Check hast, alles aktualisierst, auf Vordermann bringst, ja, dann bist du wirklich richtig gut aufgestellt und wenn du hier meine Unterstützung willst, weil du sagst, hey, dann muss ich mal näher hinschauen, gerade was meine Positionierung, was mein Statement, Positionierungsstatement oder meine Webseite, meine Experten-Webseite betrifft oder meine Marketing- oder Content-Marketing-Strategie, ja, dann sage ich nur, buch dir einfach einen Termin mit mir unter martina-fuchs.com slash Termin und dann lass uns sprechen. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, ja, einmal hochkrempeln und dann frohes Feudeln. Alle weitere Infos zur Show sowie den Link zu meinem Terminkalender für deinen Expert-Branding-Marketing-Check findest du wie immer in den Show Notes unter martina-fuchs.com slash 269. Ja, und jetzt wie immer, Smart-Sank, schmeidig bleiben und feiere die Erfolge, die du verdienst. Ein herzliches Servus zu dir. Bis nächste Woche, deine Martina. Vielen, vielen Dank für dein Ohr und deine Zeit. Hat dir die Episode gefallen? Dann verbinde dich doch mit mir auf Instagram unter martina-fuchs.official findest du mich. Hier kannst du mir direkt dein Feedback oder eine Frage als Direct Message hinterlassen und ich antworte dir wirklich gerne. Und hey, wenn du Lust hast, mach doch einen Screenshot von dieser Episode und teile sie in deiner Insta-Story, damit noch mehr davon profitieren können. Du weißt ja, Sharing is Caring. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür und ich freue mich schon auf dich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören und sprechen. Und bis dahin, lass es dir so richtig gut gehen.